ZWEI! ZWEI MENSCHEN! Ah! Ah! Oh! Lass mich schon mal deinen Stutz daraus. So, wir haben jetzt ZWEI... Hä? Wo ist mein MENSCHEN? Er flieht! Was? Ich hab ihn. Halt ihn auf! Ich hab ihn! DREI! DREI MENSCHEN! Ah! 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 Nein, ich lass mich! Ich will dich loslassen! Wie die Affe dann entlegen werden. Was ist das? Oh, ein... Was ist das? Was ist das? Was ist denn das? Das ist ein Ziege. Was soll ein Ziege... Ach so! Ups! Wir opfern doch der heiligen Ziege. Oh, die brennen. Falsch herum sah das aus wie ein... Ich weiß es nicht. Ein Affe. Das war ein Affe. Guck mal! Das hier sind die Naslöcher. Das ist der Mond. Das hier sind die Augen. Das sieht echt so aus. Und die Hörner sind... Ja. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir vier Menschen. Da brauchen wir sechs. Wir brauchen zehn, glaub ich, waren es. Oh. Aber es muss drin liegen! Ja, ich... Ich versuch... Sie klebt in mir. Schiebe sie mal rein. Der eine tanzt einfach weiter. Wui! Nein, ich will nicht die Ziege. Ich will den Menschen. Danke. Keine Ziegenopfern an. Den Ziegenhaut. Gibt's hier noch Menschen? Ach du. Guck mal. Hier. Ich möchte nicht, dass du auf meinen Blumen trittest. Trittst. Tritt, tritt. Auf. So. Jetzt haben wir fünf. Ja. Nummer sechs kommt. Da. Oh. Oh. Oh, jetzt hab ich den so schiefen. Waren wohl doch nur fünf. Guck mal, wie cool ich jetzt aussehe. Oh, was kannst du jetzt? Ich bleibe nun Ziege mit dir. Oh, wie trau ich bin. Ne, du hast das auch. Ach so. Wie jetzt? Drück mal ein Dreieck. Dreieck? Ja, warte. Was ist Dreieck? Dreieck ist... Dreieck ist halt die Aktionstaste. Oh. Oh. Au. Autsch. Ähm. Ich bin gestorben. Was? Oh, oh. Hast du es gesehen? Oh. Ne, ich hab hier gerade andere Probleme. Oh. Lass mich hier raus. Oh. 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 Ich will was einkaufen. Oh Gott. Ich bin nicht rein. Oh. Guck mal, ich bin in den Stein gefangen. Räte dich! Ich bin frei. Ich bin frei. Aber meine Zunge laggelt auch. Wow. Wau. 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 ich will auch noch loslassen ziege böse ziege lasst den menschen los danke ich will ja rein ich möchte alles kaputt machen ich will zu dir hallo hier ist ein profi amberg gehen sie bitte aus der seite gehen sie bitte ich weiß nicht was ich mache aber irgendwie was so sinnvolle dinge wie ich kann das sein guck mal ja hallo wo bin ich ihn jetzt weil ich bin auf einem tunnel drauf was uh-oh Ich hab mich ja voll in den Boden gebackt. Und dann bin ich im Wiesbogen. Hier geht's rein. Ah ja, hier war ja irgendwo das Entwicklerhaus, ne? Wo... wo... Indie Entwicklspiel. Ich... ich fühl mich irgendwie betrunken. Hier war aber auch ein Laufband, hab ich gesehen. Ein Ball mit... was ist das denn? Ein Ball mit... Nein, Laufband! Okay, genug. Alter! Pass mal auf! Pass mal auf das! Geh mal weg, Auto! Okay, ich fahr wieder. Mach doch nicht alles kaputt! Ich will wieder raus. Nee... Mei-day! Mei-day! Houston! Wir haben ein Problem! Okay, warte! Nee... Mei-day! Da ist ein Loch! What? What, wo bin ich? Ich klettere drüber. Wir können Fußball spielen! Hier geht's irgendwo rein. Guck mal! Ich bin im Wasser! Oh! 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 Der Wald ist vielleicht! Ähm... Ich weiß es nicht! Gibt's da unten irgendwas... So entdecken oder... Warum ist das hier? Oh! Keine Ahnung! Oh! Ich will zurück zu den... zu den Laufbahnen! Ich will zurück! Ich will zurück! Oh! Ich will zurück! Ah! Ah! Verlarn! Ah! 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 Oh! Knie nieder, du Ziege! Da, da ist das laufbar. Was? Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Mit dem Jetpack ist das am geilsten. Pass auf, pass auf. Guck mir zu. Ja, ich gucke zu offen. Ich lecke irgendwas an, deswegen. Ich lecke immer Ziege an. Chaos, Apokalypse, now. Das gefährlichste für alle Ziege, das Laufrad. Das Laufrad. Es ist ein Band, aber egal. Das Lauf, Band, Fahrrad, ist alles das Gleiche. Ist alles zum Laufen da. Und du fliegst. Fly away! Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ach, du tut mein Ohr weg von dem scheiß Kopfboden. Ich bin so glücklich. Ich kann Gärtner sein. Ich glaube, ich schenke dir mal neue. Ich kann Gärtner sein. Ich kann Gärtner sein. Schatz, ich Gärtnere. Ich werde die ganze Zeit irgendwie rumgerissen. Wo bin ich? Hallo! 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 Ich bin hier unten am Gärtner, wenn du mich siehst. Ich seh dich. Also ich weiß ja nicht wie viele Sekunden ihr in der Luft seid bei dem Spiel, aber ich toppe euch alle. Bestimmt. Ich seh dich glaub ich irgendwo, oder? Ja, glaub ich, oder nein. Das ist ja nur ne Ziege. Hör auf die Ziege vom Himmel zu schmeißen. Aber es macht Spaß. Aber, aber Ziegen. Äh. Captain Mops Geschwindigkeit. Also, die Auto sieht ja nicht mehr so schön aus. Oh, tut mir leid. Die Auto sieht ja nicht mehr so schön aus. Okay. Das extreme. Johnny-Nox-Siege ist ja da. Mit Jack-Ease. Und heute machen wir den. Jetpack. Laufband. Stunt. Stunt. Höh. Höh. Pffff. Höh. Pum. Ich räume auf. Pum. Ich blitsche irgendwie durch alles, durch. Ich glaub, hier dürfte ich nicht sein. Zumindest werde ich hier die ganze Zeit wegziehen. Ich habe es geschafft! Ich bin außerhalb der Bab! Ich slidere ein bisschen vor. Oh! Oh! Hier slidern! Wow! Hast du meinen Backflip gesehen? Mein Backflip hier! Wow! Wow! Boah! Ich lege mich gleich um. Guck! Boah! So begeistert bist du, Alter, von meinem Können. Alter, 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 dieses Spiel. Autsch! Ich bin wieder rumgeroll. Ich bin eine tote Ziege. Die hat Hane schlägt am Boden. Sie sehen nur meinen wunderschönen blauen Kopf. Diese Ziege, sie ist... Au! Sie ist... Klochen. Sie ist bestimmt dafür, entweder tot auf der Straße rumzulegen, oder mit einem Jackpell sich aus der Welt zu glitschen. So, was? Da ist er. Oh! Oh, eine Ziege! Ich will da rein. Ich will hier auch mal rein. Komm, ich bin ein Dämon. Ich darf da rein bestimmt. Oh! Oh! Nein, ich meine da eben ist. Ja. Okay. Wir machen das jetzt ganz einfach. Das sind die NASA. Ne, wir brauchen... Wir sind die Ziege. Wir sind die Ziege. Ziege. Oh, ich muss einmal hier... Oh! Angebildet werden. Hallo. Also es ging schneller als ich erwartet habe. Ich wurde hier hingeschmissen. Ich will nicht angebildet werden. Geht weg! Bin ich euer König? Das bin nämlich ich. Ja. Vielleicht. Du bist ihre Königin. Vergiss doch nicht. Du bist auch mein König. Geht weg! Nein! 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 Oh, verdammt. Ich will da doch nur rein. Ziel müssen wir noch üben. Weg! 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 Wie könnt ihr mich anbeten? Ich widert mich an. Ihr widert mich an. So. Au! Wow! Ich will auch! Danke. Goats for Goats. Nein! Das ist doch zu hoch. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich muss da lang! Nein! Oh! Verdammt! Johnny! Verdammt Johnny! Manni! Du kids! Doch seine Vision! Oh! 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 Halt cool. Schick. Weil ich cool bin und ein Jetpacker. Ja genau. Oh! Komm mal! Die zockt! Nein, das... Die programmieren gerade dann mit Spiel. Gott sei Dank. Achso. Achso. Halt auf damit! Hier wird nicht gearbeitet. Ich will zocken! Ich will zocken! Guck mal! Hier! Wir zocken! Wir zocken! Wir zocken! Wir zocken! Wir zocken! Wir sind aus Holz! Ach man! Ich will doch nur da rein! Da rein! Da rein! Da rein! Ich will auch hier rein! Oh! Ich will rein! Komm! Das ist ja voll süß! Wunderschön! Wow! Das war falsch Richtung! Guck mal! Ich hau mal! Jetzt äh... Wunderschön! 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 Wo sind wir drauf? Ah! Strapen! 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 Ich bin schon wieder da, wo ich nicht sein wollte. Hier geht die Kräude! Oh! Okay! Hier will jemand noch mehr programmieren? Okay! Dann versuche ich einfach... Haben ihn gesagt, sie dürfen programmieren! Habe ich ihm gesagt, sie dürfen programmieren? Wenn man mir die Trifhea ein... Ja! Ich versuche! Hallo! Dann versuche ich's einfach nochmal anders. Auf geht's Kran! Zweite Runde! Auch! Ich versuche drauf zu klettern! Und nicht so mein Kopf! Bestes... Beste Kopf der Welt! Ach! Ich hoffe man hört uns beide gut! Ich hoffe auch! Ein Kind, du... ähm, hallooooooo! Hallo. Ähm. Wunderschön. Ja. Okay. Das können wir so festziehen, wenn man so Leute erschrecken. Versteckst du sie unterm Tisch und auf einmal... Nein! Au. Ich glaube, ich bin zu groß für das Ding. Was? Los geht auch. Ich programmiere noch mehr. Nein, ich muss sie programmieren. Leute, auffallen. Sie sollen niemals in dem dieses Spiel programmieren. Okay. So. Tut mir leid. Heute wird nicht programmiert. Heute nicht. Ich glaube, ich habe alles getan, was man tun muss. So. Zap, 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 zap. Ich glaube, ich suche mal wieder die... Ziege, die mit dem Jackface hier irgendwas macht. Zap, 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 zap. Wie alle guten Gangster, muss ich aus dem Fenster fliegen. Wieso lebt der Typ dahinten noch? Oh. Stirb. Weiß nicht. Oh Mann. Huiii. Jetzt habe ich mich festgebackt. Ja. Okay, 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 okay. Hilf mal, das Jetpack. Das Jetpack debuggt mich immer. Huiii. 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 Nein, nein, nein. Ich bin nicht zu weit. Oh. So, jetzt mache ich nochmal ein Jetpack rutschen. Ach, du bist auch. Ich guck dazu. Also, das ist sehr rutsch-like. Ich bin begeistert. 10 von 10. Oh. Ich mach mich gleich hin. Ich leite wieder mit! Huiii. Huiii. Was könnten wir denn noch machen? Oh. Voll die Kanäle! Jetzt aber so! Oh, okay. Oh, was ist das denn? Oh, oh. Aliens. Oh hier. Aliens. Aliens, cool. Können wir da auch irgendwas machen? Kein Dank, ne? Opfern mal Menschen! Okay. Was ist das denn? Wer das beste Sachen tun kann, Menschen opfern. Puh, du kriegst Punkte, wenn du dagegen schlägst. Jetzt nicht mehr. Wo ist das denn? Auf dem Feld, wo das Auto in meinem Kreis fällt. Ja, da versuche ich gerade hinzukommen. Ich hüpke mal so rein. Huiii. 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 Ah, ich seh das Feld. Huiii. 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 Ah ja, hier gibt's ja noch den Ziegenkampf. Ziegenkampf. Oh. Ah, stirb! One, two. Oh, da ist noch eins. Ah. Da ist aber nichts drauf. Warum ist da was drauf? Wer ist da? Wo bist du? Da, weiße Ziege. Stirb! Du hast noch so ein Ding? Voll. Warum's catchen? Wow! Alter! Wo ist denn der Ziegenkampf? Auch da in der Nähe, Bruder. So. Du bist so ein Badass. Jetzt habe ich die beste Ziege rausgekickt. Oh, oh. Uppsala. Upps. Du machst alles kaputt. Nein. Du bist ganz auf Down Edge. Hu! Hier ist noch eine Ziege. Stirb! Stirb! Oh! Uppsala. Voll ne. Voll ne. Voll ne. Ich habe nichts getan. Ah, hier. Ich möchte eine Ziege sich mit mir anlegen. Nein. Ja, ich! Nein! Upps! Uppsala. Ui! Autsch. Boing. Ich bin die kurze Ziege, die es hier gibt. Nein, ich bin die kurze. Ich bin die kurze Ziege, die es hier gibt. Ich bin die kurze. Nein! Doch! Ich bin der Babo hier. Weg, Tüge. Ich habe ja nicht erlaubt, hier zu sein. Und ich habe Stirb nicht erlaubt, ey! Stirb! Das ist mein Königreich. Bitschers! Oh! Bam! Bam! Geh weg! Geh wo der Pfeffer wächst! Ui! Denn ich war's mit der Hengst, das hier. Da ist der Babo hier. Oh Gott, ich sollte aufhören, so zu sprechen. Sonst locke ich noch komische Menschen an. Guck mal hier. Wo, 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 wo. Wo, wo, wo ja. Und Gangnam Style! Tschüss. Autsch. Was wollte ich machen? Aha! Ich bin die kurze Ziege. Ich bin die coolere. Nein, ich lecke das Auto an, was hier driftet. Ich bin so cool. Du frierst ein, wenn ich dich gut anlecke. Warte. Oh ja, aha. Verdammt! Ich will ihn nicht lecken. Nein! Auf. Das Wand lecken. Ja, ich häng dran! Bleiben! Ja, oh ja. Ja, oh ja. Sui! Scheiße, alter! Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Ich sehe nicht mehr. Wie spät haben wir es eigentlich? Ich hab keine Schläge. Guck mal bei meinem Album, wenn der an geht. Ein Urlaub! Ah ne, da geht der auch falsch. Ich weiß nicht, ob ich übernehmen will. Ah, mal gucken. Was ist dein Elisa? Ah, okay. Wir nehmen so ungefähr seit 1 Uhr aus. Drei. Drei aus den Reihen.